Willkommen bei Profischnack.de Heute habe ich ein Job-Schnäppchen für Sie von der Firma Himmola für die Kollektion Job und zwar das Modell 8115, ein Sofa mit Zero-Stress-Beschlag in Leder Longlife 33 Soft Biscuit, 1,61 Meter breit, ein Muster-Sofa Nun, Sie sehen diese extravagante Form mit den Ohren Was ganz Besonderes für Leute, die, sagen wir mal, das Ganze ein bisschen eigenständiger wollen Und Sie haben hier diesen Zero-Stress-Beschlag Das heißt, Sie gehen einfach nach hinten und der Schlitten bewegt sich nach vorne Der Rücken geht nach hinten Hier haben Sie noch ein Scharnier drin, um den Kopf etwas nach vorne zu nehmen Und toll, Sie haben hier richtig bequem die Position zum Relaxen Sicherlich könnte ich jetzt noch einen Hocker vertragen, da kann man aber sehr vieles dazu kombinieren Und wenn Sie etwas weniger haben wollen, dann geht das auch, indem Sie einfach etwas zurückgehen Den Rücken aufrichten Also hier, das ist einfach voll beweglich, ganz einfach Auch hier, dieser Sitz, das gleiche Zack und zurück, ganz einfach Eine einfache, solide Technik Ein Musterstück mit einer extravaganten Formgebung in einem warmen Leder Für 1.490 Euro Job, die High-End-Kollektion von Himmela Hier in einer wirklich tollen Form mit toller Funktion 1.094 Euro Ein Sofa, wer will, wer hat, wer kann Sie, wird mich freuen Dankeschön Und tschüss, hier ist Reinhard